um hey Leute Moonboon hier herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Reihe Battlegrounds mit Moonboon und wie ihr seht sind wir schon wieder in der Insel der Eroberung gelandet was ich sehr bedauerlich finde weil ich glaube das ist jetzt Episode 7 oh und es geht gleich los habe ich alle Buffs die ich brauche zum Großteil es ist Episode 7 und ich glaube 3 ähm 3 Episoden waren ja mit dieser jetzt eingeschlossen schon auf der Insel der Eroberung ähm ich glaube Alteraktal hatten wir einmal dann hat man noch äh Warsong hatten wir einmal und was fehlt Gilneas ja Gilneas hatten wir die allererste Episode war in Gilneas aber Klassiker wie zum Beispiel das Arati Becken äh oder Auge des Sturms irgendwie habe ich da kein Glück wahrscheinlich sobald ich Fraps anmache werden die automatisch ausgewählt ausgesondert keine Ahnung dummes Geschwätz konzentrieren wir uns aufs Spiel schauen wir mal was passiert oh ne ich habe keine Rüstung an Fuuuck oder tippt schon einer hat er schon getappt ne hat er nicht und Damage na toll jetzt habe ich wegen zwei dummen Alis hier alles gezündet hoffen wir mal dass es wenigstens einen Win gibt wenn wir wieder mal hier sind hallo Garfunkel heißt der Jäger etwa Simon wo ist er denn ah ne da steht ja Begleiter von On Fire ja da kommen die Buffs da buffe ich mit komm schon komm schon hangar komm schon komm schon wie schaut es denn sonst aus natürlich haben wir keine Docks oh 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 aber sie haben schon Raffinerie fast das ist Fail das gibt eindeutig einen Win für die Alis wenn da nicht jemand was unternehmt aber ich habe auch keinen Bock ehrlich gesagt ich will lieber hier meinen altgetrollen Plan weiterverfolgen den ich immer mache das ist meine vergiss es komm schon Westtor komm schon komm schon Westtor komm schon in eine Reichweite du Kacken so und dann springen wir ab klicken unseren Buff weg und holen uns Bomben herrliche Bomben ich frage mich wie ich hier wieder ich weiß nicht habt ihr ich weiß nicht spielt jemand von euch mit Standard UI falls ja habt ihr eine Lebensanzeige für dieses Tor ich weiß nie wie viel Leben das Tor noch hat das kotzt mich an oh da ist ein DK hallo DK und Todesstoß und Bomben hab ich sie? hab ich sie? nein ich hab sie nicht oh stopp du bleibst hier fuck und das wird der DK oh das war nicht mal und wieder Bomben holen das bringt halt überhaupt nix hier wenn ich es gerade mal so anmerken darf oh es werden immer mehr hier hinten muss man aufpassen wer zündet jetzt bitte Hero das bringt halt auch nix sowas Unnötiges falls wir jetzt wirklich noch zum Boss vorstoßen sollen haben wir Debuff Belagerungsmaschine bereit go go ich muss unbedingt random äh rated BG machen oh es werden immer mehr Riesstab ha ha du kannst du gar nicht abhauen oder was bam wow das Tor ist offen tappt schon jemand den Friedhof hat jemand den Friedhof was ist denn dran gibt's hier Probleme oder was Hordefestung oh nein wir haben schon die Hordefestung wir haben jetzt erst die Allianzfestung stopp oh fail fail meine lieben Freunde aber wenigstens was geleistet 3 zu 0 immerhin zugefügter Schaden oh nicht schlecht jetzt weiter nice naja stimmt gestorben sind wir gar nicht immerhin 103 Ehre okay das war's eine sehr kurze Episode aber ich mach gleich mal noch eine hier im Anschluss weil ich gerade zu gut drauf bin und vielen Dank fürs Reinschauen bitte Video bewerten Daumen nach oben und unten flamet mich macht was ihr wollt wir sehen uns in der nächsten Episode ich bin Moonboon und ich bin raus ciao ciao Musik 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 Musique Musik 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 Bis zum nächsten Mal.